Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und zwar wir spielen heute mal vier Bilder ein Wort. Eigentlich müsste das so gut wie jeder von euch mal irgendwie gespielt haben oder mal gehört haben. Gibt es auch schon so ein paar Jahre. Schon ein bisschen länger und ich würde sagen wir fangen am besten mal an. Ich habe mir das Spiel auch gerade vor einer Woche mal neu runtergeladen und ich würde sagen wir fangen direkt mal an. Genau was man machen muss ist hier es gibt vier Bilder und alle vier Bilder bedeuten das gleiche Wort. Ich würde sagen wir müssen hier mal gucken was das hier ist. Auf jeden Fall haben wir erstmal Dachziegel. Wir haben irgendwas aus Holz. Dann hier keine Ahnung was das ist. Da weiß ich gerade den Begriff nicht. Und hier haben wir auch noch mal was. Das sind auch irgendwelche flachen Dinger. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was könnte das denn sein? Ich habe hier auch 160 Münzen. 116 Münzen. Mit 60 Münzen kann ich mir theoretisch allen Buchstaben kaufen. Genau. Was ist das Leute? Wisst ihr das? Das ist die Frage. So Leute ich habe gerade nachgeschaut. Mir fällt es nicht ein und Baustoff ist das. Baustoff ist mir niemals eingefallen. Also keine Ahnung. So Baustoff ist richtig. Und ich würde sagen wir am besten auch weiter. 16 Münzen ist auf jeden Fall ein schweres Level. Das ist es auf jeden Fall. Und wir sind beim nächsten. Ich muss mal gucken was wir jetzt hier haben. Könnte das Hören sein oder sowas? Ist ein bisschen komisch. Ja klar. Okay ist richtig. Alles gut. Großartig. Auf jeden Fall auch ein leichtes Level würde ich mal behaupten. Ist auch ein leichtes Level gewesen. Würde ich mal behaupten. Und wir haben hier ja es ist safe gehören oder? Also was sonst? So. Ist richtig oder? Ja. Genau. Sehr nice. Genial. Ähm. Ja. Mal gucken. Wage würde ich mal sagen. Wage. Ja. Nice. Okay. Sehr schön. Ich weiß nicht wie viele Level wir machen heute. Müssen wir mal gucken. Wie heißt das? Ich weiß. Ich weiß was es ist. Ist das Bock? Ja. Hä. Okay. Okay. Äh. So. Ähm. Was könnte das sein Leute? Ähm. Ich glaube Ortsschild ist es nicht. Vielleicht sogar Schild. Ja. Okay. Das müsste Schild sein. Ähm. Schild. Sehr nice. Vier Münzen. Okay. So. Wir gehen weiter. Ähm. Was könnte das sein? Puppe. Ja. Klar. Puppe. So. Sehr schön Leute. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Ähm. Was könnte das sein? Flasche. Sehr schön. Okay. Das ist Flasche. Geht auf jeden Fall weiter. Ähm. Fleisch. Nein. Ähm. Grill. Grill. Kann auch nicht sein. Auto. Nee. Was könnte das sein? Sehr sehr schwierig. Ah. Ich hab's glaube ich nur. Grill. Okay. Ganz kurz verschrieben. Okay. Ähm. Sehr nice. Was. Okay. Ähm. Also wenn das nicht Haus ist weiß ich auch nicht. Ich hab's nicht verarschen. Ähm. Das U ist halt nicht da. Ne. Ähm. Ja. Okay. Dach wird's sein. Aber ne. Sehr schön. Sehr sehr schön. Bisher ziemlich viel Level geschafft in dieser Folge. Oh. Das finde ich ganz gut. Ähm. Ohr kann's nicht sein. Ohr. Ohrmuschel kann's auch nicht sein. Sand kann's nicht sein. Ohr. Keine Ahnung. Alter. Was könnte das sein? Hören. Ähm. Nee. Äh. Junge. 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 Keine Ahnung. Achso. Oder ne. Meer kann's auch nicht sein. Junge. Alter. Muschel ist das Wort. Einfach zu blöd dafür. Muss ich ja nachschauen gerade. Oh man ey. Leute. Das kann die Wahrheit sein. Also das hab ich noch gerade gehabt. Aber ich hab halt Ohrmuschel gesagt. Ähm. Pirat. Ist das Pirat? Ne. Keine Ahnung. Ähm. Bein. Ja. Das müsste auf jeden Fall Bein sein. Genau. Sehr nice. Ähm. Ich will mal behaupten. Wir machen mal so 1-2 Level noch. Und dann würde ich sagen. War's auch schon. Ähm. Rad passt nicht rein. Auto. Könnte es vielleicht Auto sein. Das ist aber auch schon ein bisschen leicht. Oder? Ja. Komisch. 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 Leute. Ähm. Also Auto. Keine Ahnung. Äh. Ist eigentlich ziemlich. Ziemlich einfach. Ähm. Ich würde sagen. Zwei Level machen wir noch. Pilot ist auf jeden Fall das Wort. Sehr schön. Okay. Sehr gut. Auf weiter. Ähm. Okay. Letztes Level. Hoffentlich nicht so schwer. Ähm. Truhe. Kann das nicht sein. Das ist auf jeden Fall kein Tee. Diamant. Edelstein. Kann's auch nicht sein. So. Ich will mal behaupten. Leute. Wir machen mal für 60 Münzen. Ähm. Nee. Ein Buchstein. Der erste Buchstabe hat sich irgendwie schon von selbst irgendwie. Keine Ahnung. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ähm. Keine Ahnung. Ich würde sagen. Machen mal. Einmal. Blüh. Was? Bist du mich echt? Nee. Hab ich nicht schon gewählen gesagt? Nee. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich würde sagen. Machen mal am besten. Nee. Finde ich nicht toll. Ähm. Ich würde sagen. Einen der wir machen noch. Das haben wir nicht gewusst. Ähm. Ja. So. Malen ist das nicht. Farbe. Okay. Ja. Okay. So. Ich würde sagen. Das war's mit dem Video. Ähm. Ja. Ist auf jeden Fall ein nices Spiel. Kann man machen. Mal einfach mal so ab und zu spielen. Wenn man kein Internet hat. Oder so. Ne. Und ich würde sagen. Das war's mit dem Video. Oh. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.